Das kann da bleiben wo der Pfeffer wächst oder da bleiben wo die Sonne nie auftaucht. Das versperrt mir nur Platz in mein Inventar. Ich bin jetzt quasi auf der Straße Richtung Ziel. Nimm mich mit. Nimm jetzt nicht weiter. Tonnenweißer Batterie möchte ich jetzt auch nicht nehmen. Okay. Okay. komm laden nach meine güte bei denen bringt das nicht meine güte so kann ich nicht abhauen hier noch ein dankeschön die dinger sind echt gefährlich die sind echt monströs und zwei davon das ist noch gefährlicher das ist ja nicht mehr auszuhalten hier die spannung ich gehe weiter in diese richtung ich bin ja froh dass ich diese medikets habe ich hoffe dass er noch länger so bleibt kann ja mal gucken kann ich jetzt schon fertigkeiten mit aufstocken jeder einzelne zählt man ist denn hier eigentlich ok hier ist was drinnen aber nicht was mich interessiert weil es hier vielleicht was drinnen da ist ein rucksack da ist eine tasche da war ich schon da habe ich das wahrscheinlich drinnen gelassen weil es mich aber nicht interessiert hat ich höre doch wieder was oder leide ich schon unter größen hören aber medikette schön ein kampf auf so einer brücke wo man nicht ausweichen kann das wäre pervers bin auf jeden fall schon in die richtigen richtung da wollte ich ja vorhin hin hauptmission stimmt da war ich schon gewesen also weiter 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 versuche ein bisschen unterschupfen der kirche zu finden sofern ich da ich würde da ließen vorher immer abspeichern und wenn das irgendwie nicht funktioniert finde ich so beschissen also das ist für mich der größte fehler in diesem spiel dass man zwischendurch nicht abspeichern kann einen größeren fehler gibt es nicht wenn alles andere fehlerhaft ist aber das ist der krisen fehler zwischendurch mal f1 als schnell speichern oder sonst was und dann geht es wirklich rund oder dass man einmal mal das spiel beenden kann und ein neues spiel laden kann wenn man gerne möchte das würde ich mir wünschen bei dem spiel aber wenn das noch eine early ist wer weiß was kommt es kann ja noch schlimmer werden besser werden jetzt laufe ich mir die gleiche richtung nein da gehe ich nicht durch dann läuft mir zu einer rum so ich laufe grad gedruckt drum damit er mich nicht sieht kommt 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 laut nach meine güte ich muss mich mal kurz verstecken ich hoffe es klappt ich verstecke mich erstmal im haus nehme noch die medikids mit alles was hier ist das liegt ja nicht umsonst da schminke brauche ich jetzt nicht gedruckt brauche ich jetzt hier auch nicht mehr rumlaufen weil ich bin jetzt eh im haus da hier ist ja was von Okay, dann, nee, brauchen wir jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn ich jetzt hier unten durchgehe, nicht, dass der da noch unten steht. Ich komme nicht mehr aus dem Haus raus. Ist der gerade explodiert? Kann, aber durch das Haus kann er nicht feuern, ja? Ich weiß nicht. Na toll, jetzt muss er nachladen. Bist du mal fertig mit Nachladen? Meine Güte. Ah, da ist er ja, mein Freund. Noch ein roter hier, hier ist noch ein roter. Klar, komm. Lass dir Zeit. Das war eigentlich ein guter Schachtmanöver hier. Ähm, jetzt noch einer. Nur, da ist das eine Lampe, die rot leuchtet. Krass. Sich hier im Haus zu verstecken, zu verschanzen und abzuwarten, dass die einfach mal alle herkommen. ähm, die kommen zwar nicht rein, aber ich kann von außen… Ik kann vonaje… Die kommen.. Ja, die können auch rein schicken. Ähm… Okay, bei den kann ich nicht aufnehmen, der will nicht. Jetzt so… Die Maus muss immer in die richtige Position gedreht werden. Jetzt macht doch der was. Damit man ihr was entnehmen kann. So, das war so eine Ecke hier, die war ich fand die schon ziemlich heftig. So, oben ist hier so ein super Scanner. Laden. Ach ne, das ist eine Lampe. So, ich werde das mal ganz schnell wieder Reiß ausnehmen. Ich mache das gleiche Manöver wie vorhin. In der Hoffnung, dass ich lebend am Haus ankomme. Meine Jüte, lauf noch langsamer. Mensch, mach dir noch einen Kaffee unterwegs. So, jetzt.